Guild Wars 2 War er gesagt, jetzt geht es weiter mit Guild Wars 2 Live So, ich muss es mal kurz überschreiben bei Guild Wars 2 Ah, so Ah, oops So, mal gucken Ah, so Kurz mal zum Typen rein. Oh mein Gott. Verklickt, Entschuldigung. Was geht hier ab? Kommandeur, Kommandeur, Kommandeur. Muss ich das verstehen? Böser Hund. Mach's jetzt. Also ich geh jetzt erst nach links rum. Einmal im Kreis und dann die Mitte. Und dann wird's heute noch weitergehen, hoffentlich mit dem Stream, mit der Story. Genau, mein Bein. V2-V2... so wie so wie so wie so wie so wie so wie so ist nicht da scheiße auch weiter was für eine mistöhle Ah, ok. G, I, D, E, L, H. Ja, na, sagt mir irgendwie was. Nein, Kaninchen töten. Scheiß wie, Misthöhle. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. er geht mir auf den sack mit sein ich kann auch ich tue es aber nicht so den wiederbeleben und dann müsst ihr fertig haben glaube ich oder ist ganz knapp okay bin doch nicht so blöd dafür so dann gehe ich mal weiter nach oben lang ein süßer kleiner bauer den hauen wir zwischen den hauern scheiße halt mal irre ich mich oder war ich nicht der berühmte und berüchtigte und mein lieblings eisklammsohn ne spaß das ist nicht bestimmt mein liebling doktor liebling sowas hier finde ich das verdorben scheiße schade niemand gegen kämpft gegen den also können wir auch nicht gegen ihn ein das ja Du sollst den angreifen, du Vollidiot! Du sollst den angreifen, du sollst den angreifen, du sollst den angreifen. Du sollst den angreifen, 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 du sollst den angreifen macht das mal wieder spaß hier so ein bisschen gilt was zwei zu suchen irgendwie ich verstehe nicht wieso ich wieder aufgehört habe jetzt weiß es wieder es war mir nach zeit langweilig immer nur mit den karten zu machen jetzt macht es mal wieder spaß weil ich lange erst mal karten nicht wieder erkundet habe und zweitens es ist alles neu und hier kann mir richtig geile sachen machen und löwenstein ist vernichtet worden so dass er wieder gleich mit mehr schmussen will mit dem will ich aber nicht schmussen der mich verarschen verpiss dich verpiss dich äh da unten ist das da ist das heißbrot riese er will er mich jetzt verarschen vorher in deinem kreis jetzt rennt er wieder zurück okay okay